Hallo Janü, wie geht es dir denn heute? Mir geht es gut, freut mich, dass du mich das fragst, Hans, oh ich sehe, da kommt Heiko. Hallo Janü, hallo Hans, wie geht es euch beiden denn heute so an diesem herrlichen Tag? Mir geht es sehr gut, nachdem ich mit Janü im Bett war, ha 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 ha. Ihr wart im Bett. Was habt ihr denn da geamcht, lol? Die haben bestimmt beide ein bisschen rum gebumst, ha 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 ha. Stimmt ja nicht, wir haben uns unterhalten. Das glaube ich nicht Janü. Janü sagt aber die Wahrheit. Ich habe alles auf Band, die beiden hatten Sex und ich kann es beweisen, ha 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 ha. Okay.